Das ist doch... Hey, Peter Shaw? Hallo, Hedi. Hallo, Peter. Hedi? Hedi Carlson? Ja. Was macht der denn da? Hallo, Peter. Oder sollte ich besser William sagen? Würdest du mir vielleicht ein Autogramm geben? Moment, das geht nicht. Ja, klar. Worauf soll ich meinen Namen schreiben? Na, am besten auf deine berühmte Visitenkarte. Peter ist nicht dein Freund. Ich bin dein Freund. Ich. Das ist so lustig. Peter. Shaw. Hier, bitte. Vielen, vielen Dank, Peter. Könnt ihr es lesen? Da steht es. Peter. Bist du Hellseher? Nein. Dieser Freist ist William. Die Karte kommt gleich eingerahmt auf meinen Nachttisch. Hedi, bitte. Ich bin Fan. Na ja, ganz unnormal bin ich auch wieder nicht. Für dich gibt es doch nichts anderes im Leben als Peter Shaw. Nur Peter Shaw. Ja. Ich sammle einfach jeden Zeitungsartikel über dich und deine beiden Detektivfreunde. Und ich weiß deshalb alles, alles über dich. Nein, Hedi, bitte. Alles mal ganz langsam. Du liebst mich doch. Nein. Das kannst du doch nicht machen. Ich brauch dich doch. Das ist mir jetzt auch egal. Peter, ich... Du bist gemeingefährlich für dich. Ich glaub mir wird schlecht. Der hat mir meine Freundin gestohlen. Hedi, bitte. Guckt euch das an. Also das verlangt geradezu nach einer würdigen Partei. Ja, mindestens. Ganz bestimmt. Ruf mich doch einfach an. Ja, gerne. Peter ist jetzt mein Freund. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich komme. Warum passiert mir sowas nie?